Hat leider noch nicht so geklappt mit dem Abheben. Vielleicht kann ich doch noch mit Red Bull einen Vertrag abschließen, denn mit einem Helium Ballon würde es schon besser klappen. Mit so einem Ballon ist Felix Baumgarten am vergangenen Sonntag 39 Kilometer hoch in die Stratosphäre geschwebt. Das war der erste von drei Weltrekorden beim Red Bull Stratusprojekt. Ich gratuliere Felix Baumgartner und seinem Team für diese technische und sportliche Leistung. Felix Baumgartner ist für mich ein Himmelsstürmer. Mir kommt hier ein anderer Himmelsbezwinger in den Sinn. Er hat die Himmel durchschritten. Es ist Jesus, der hohe Priester, schreibt der Apostel Paulus in einem Brief. Hier geht es um meine geistige Realität. Was mich hinunterzieht, das ist manchmal mein Egoismus, meine Sünden. Das ist eine Schwerkraft, die mich zu meinem niedrigen, düsteren Dasein zieht. Weil Jesus mir Sünden vergibt und weil er mir hilft, ehrlich und liebevoll zu sein und weil er mir auch die Begegnung mit Gott ermöglicht, deshalb ist er für mich wie ein geistiger Himmelsstürmer. Er ist mein Helium Ballon, der mich in die Höhe hebt. Er ist mein Helium Ballon, der sich immer wieder in der Höhe verabschwärten Dasein zieht. Ein Teil der Höhe ist mein Helium Ballon, der sich in der Höhe auf den Höhe